Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich hier für euch in Battle for Ashron unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, was ist in der Kiste und für diesen müssen wir Zekvos in Uldir auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr die Puzzlebox von Yogg-Saron der Projektion von Yogg-Saron ausgesetzt habt. Hört sich nicht sonderlich schwierig an, ist es auch ehrlich gesagt nicht das erste was ihr braucht, ist die Puzzlebox des Yogg-Saron. Wo bekommt ihr diese Puzzlebox her? Das ist ein Spielzeug, das ihr damals in Red of the Lich King erspielen konntet, beziehungsweise das auch jetzt noch erspielen könnt und zwar ich meine von Archäologie, also sprich ihr müsst ein bisschen Archäologie machen und dann könnt ihr diese Puzzlebox euer eigen nennen. Jetzt nicht erschrecken, ihr müsst nicht unbedingt Archäologie und dieses ganze Zeug machen, denn es braucht nur einer aus dem Schlagzug, diese Puzzlebox. Solltet ihr wen dabei haben, der diese hat, müsst ihr eigentlich nichts weiter machen und nichts farmen. Wenn die keiner hat, dann müsst ihr halt vielleicht der Dumme sein, der loszieht und diese Puzzlebox euch erfarmt, wobei so ein Riesenstress ist es nicht. Sobald ihr die Puzzlebox habt, einmal den Kampf hier beginnen und ihr müsst warten, bis die Projektion des Yogg-Saron kommt. Das ist eine bestimmte Phase und ihr merkt auch, wann die Projektion kommt und zwar müsst ihr nämlich, ja mal da hingucken, wo am Anfang hier der Werte Zekwos stand. Da sieht man nämlich verschiedene Projektionen von Old Gods. Ich drehe meine Kamera da jetzt gerade mal so ein bisschen hin und sobald die Projektion von Yogg-Saron kommt, müsst ihr einfach die Puzzlebox drücken. Ich habe mir die hier rechts schon rausgezogen, also sprich ihr müsst nicht im Zauberbuch rumsuchen. Zieht euch die einfach raus und drückt die, sobald Yogg kommt. Und ihr seht, da haben wir das hässliche Maul, das ist Yogg. Wir drücken die Puzzlebox und ihr seht, hier kommt auch eine große Box, die Terz macht. Und zwar ist das unsere Puzzlebox und das Einzige, was die eigentlich macht, ist zusätzliche Fähigkeiten oder eine Fähigkeit hier im Kampf zu spammen. Ihr seht, wir haben hier einen Haufen Einschläge, denen man ausweichen muss. Es macht den Kampf ein wenig schwieriger. Es ist auch nicht, ja es macht auch nichts, wenn mehrere Leute die Puzzlebox drücken. Hier hat nochmal eine gestellt, die ist jetzt aber nicht groß geworden. Heißt, eine reicht, um das Event zu triggern. Mehrere Kammern stellen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht aber nichts. Und jetzt spielt ihr den Kampf ganz normal runter, wie ihr es sonst auch gewohnt seid. Einfach mit der Prämisse, dass ihr hier quasi einfach, ja, diese zusätzliche Fähigkeit noch dodgen müsst. Und sonst ist es eigentlich nichts anderes. Wenn eure Gruppe jetzt ein bisschen schwächer ist und ihr sagt, das mit der Fähigkeit ist schon ein bisschen heavy. Es gibt mehrere Yogg-Phasen und ihr könnt theoretisch euch entscheiden, dass ihr es erst in einer späteren Yogg-Phase zieht. Und diese Puzzlebox hat den Vorteil, dass ihr den Großteil des Kampfes ohne die Fähigkeit spielt und erst am Schluss sie einsetzt und den Boss umhaut und, ja, eine geringere Zeit diese Felder ausweichen müsst. Das kann man, ja, je nachdem entscheiden, aber unsere Gruppe war stark genug, dass es kein Problem war. Und ihr seht schon, hier haben wir das Achievement eingeheimst. Eigentlich das einfachste Achievement fast in dieser Instanz muss man eigentlich nicht viel können für. Und ja, das war es dann mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.